Willkommen zu einem neuen Webflow Tutorial. Heute bauen wir zusammen eine Scroll-Animation und das ist dann auch der Abschluss für die Xeon Landing Page, die ich jetzt im Januar erstellt habe. Es war ja so ein bisschen ein Konzeptprojekt mit vielen Tutorials auch für dich zum Lernen. Heute definitiv auch eher was für Fortgeschrittene und zwar erstellen wir eine Scroll-Animation, die quasi abschließend für die Seite nochmal das Thema, man könnte hier zwei unterschiedliche Titel einsetzen. Ich scroll nochmal hoch, es geht also erstmal in einen Titel rein, währenddessen geht die Sonne von dem oberen rechten Bereich runter und verschwindet dann genau an dem Punkt, wo in dem Bild auch die Sonne durch das Fenster scheint. Das war schon eine Idee, die ich ganz am Anfang hatte. Ich musste es ein bisschen abändern, damit es auch irgendwie ein bisschen halbwegs realistisch aussieht. Aber es ist doch mitunter sehr aufwendig oder ein bisschen tricky, das Ganze genau so zu timen, dass das alles passt und genau das schauen wir uns heute in dem Webflow Tutorial an. Falls du neu bist, mein Name ist Jonas Arlet und bei mir gibt es hier wöchentlich neue Webflow Tutorials, die dir zeigen sollen, wie du eben wirklich beeindruckende auch Webseiten für deine Kunden erstellen kannst. Falls du tiefer in Webflow einsteigen willst, schau dir gerne mal meinen Webflow Online Kurs an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Lass uns also am besten trotzdem kurz jetzt mal den Aufbau durchgehen, damit du so ein bisschen weißt, was für Elemente da vorhanden sind und wie man die auch einstellt. Du kannst dir aber alles nochmal ganz genau in dem kostenlosen Clonable anschauen. Ich packe dir den Link in die Videobeschreibung. Dort am besten ja alles nochmal die aktuellen Werte dort abrufen. Es ändert sich manchmal noch ein bisschen, wenn ich auf der Live-Seite doch mal noch den einen oder anderen Fehler finde. Aber das Grundprinzip kriegst du auf jeden Fall heute in dem Video hier mit. Das ist auf jeden Fall ja auch eine sehr custom-made Scroll-Animation, die jetzt spezifisch für so einen Kundenauftrag hier wäre. Die kannst du ja jetzt nicht einfach klonen und bei deinem Kunden einsetzen. Dann müsstest du die ganzen Werte sowieso nochmal abändern. Also wir fangen ganz klassisch natürlich an mit einer Section, die im Prinzip gar nichts tut. Die dient einfach nur dazu, hier einen neuen Abschnitt auf der Seite zu definieren. Und hier innen drin gibt es dann den Sunset Inner. Sunset ist jetzt einfach der Name, den ich für diese Sektion hier immer verwende, um die eindeutig hier einzuordnen. Und hier gebe ich eine Höhe ein, momentan 500 VH. Das heißt, fünfmal die Höhe vom Browserfenster scrollen wir. Das ist einfach nur die Scrolllänge am Ende, wie lange die Scroll-Animation dauert. Wenn du den Wert ganz am Ende auf 1000 machst, dann geht sie doppelt so lang. Also da kannst du dann am Ende auch rumspielen, wenn du auch mehr Inhalte reinpacken willst, noch mehr Text, Titel. Dann muss der Wert eher höher sein, weil sonst geht alles viel zu schnell vorbei. Der ist hier auf Position relativ, ist aber eigentlich nicht nötig, weil wir hier als nächstes eben ein Sticky-Element haben. Und das hier hat die Funktion, einmal 100 VH, also einmal so groß zu sein wie das Browserfenster. Und das ist wie unser Fenster, durch das wir, das die ganze Zeit bei uns mitscrollt, so lange bis die 500 VH vorbei sind. Ja, wir scrollen, du siehst hier den Scroll-Balken, wir scrollen, wir scrollen, es ist immer noch da. Und sobald die 500 VH vorbei sind, ist es quasi weg. Und so lange haben wir jetzt Zeit, in unserem Fenster hier, in unserem Sticky-Element rumzuspielen, was zu animieren und so weiter. Und wir sehen halt die ganze Zeit diesen VH quasi voll ausgefüllt in dem Browserfenster. Können hier zur Sicherheit auch dann nochmal 100 eingeben. Dann haben wir hier Overflow-Hidden eingestellt, damit, falls wir da drinnen mal ein Bild größer machen, skalieren und so weiter, dass es da nicht dieses komische horizontale Scrollen aus Versehen gibt. Und natürlich Sticky auf 0, dass es von oben einfach die ganze Zeit mitscrollt. Ja, würde ich das hier rausnehmen, scrollt das Ding ja einfach weg. Das ist also Position Sticky, damit wir einfach die ganze Zeit das vor unserer Nase haben. Innen drin haben wir jetzt Sunset Image, ähm, Wrap, machen wir mal, Wrapper. Und der ist Position Absolute. Und zwar haben wir hier eigentlich einfach nur, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt nicht 100% hoch gemacht habe. Wahrscheinlich, nee, genau, der, ähm, der, das Bild hier am Ende, das definiert gar nicht, ist gar nicht immer ausgefüllt komplett die Fläche von dem, ähm, von dem Sticky-Element. Ja, und zwar habe ich mich entschieden, das eben zu machen, weil wir machen das gleich mal zusammen. Das war nämlich so ein bisschen so ein tricky Part, weil ich ja auch will, dass die Sonne am Ende immer in diesen Bereich genau reingeht. Und wenn ich jetzt sage, ich stelle das hier mal auf 100%, äh, absolut, ja, in alle Bereiche und auf Cover, dann siehst du gleich, wahrscheinlich fehlt hier noch in dem Wrapper die 100%, genau, dass er auch das immer ausfüllt. Und jetzt siehst du, dass wir hier quasi das immer ausfüllen, aber der wird nicht kleiner. Und so ist es wahnsinnig schwierig, weil der Browser selbst entscheidet quasi, wie das mit FitCover einfach immer am besten die Fläche ausfüllt. Und das ist sehr schwer, diese Sonne am Ende genau an den Punkt immer zu, zu bekommen. Und deswegen habe ich das quasi nicht gemacht und mich entschieden, die Sonne manuell jetzt zu positionieren einmal. Und dann wird sie auch einfach mit kleiner, wenn das Browserfenster kleiner wird. Also wie bekommen wir die Sonne jetzt genau an diese Stelle? So, das machen wir mal zusammen und ich packe jetzt nochmal einen Wrapper außenrum, Sunset Sun Wrapper. Und der ist 100% Breite, Höhe, Position Absolut und hat dann Flexbox mittig. So, jetzt haben wir die Sonne schon mal in der Mitte. Das ist auch gut, weil ich habe das Auto, das Bild so gemacht, dass es übrigens nach unten und nach oben ausläuft in eine Farbe. Das heißt, ich kann auch nachher, wenn ich jetzt hier anfange zu scrollen, siehst du, kommt jetzt eine blaue Farbe. Das liegt daran, dass der Sunset Inner, der ja 500 VH ist, eben einen sehr langen Gradient hier mit drin hat. Und am Ende kriegt er genau die Farbe, die wir hier oben am Bildrand auch haben. Und wenn wir dann da hinscrollen, muss es genau so getimed sein, dass wenn das Bild langsam von Opacity 0 auf 100 geht, dass es auch der Abschnitt ist. Da musste ich so ein bisschen rumtweaken, damit es nachher nicht so aussieht, wie wenn das Bild mit blauer Farbe oben auf einmal bei Gelb schon auftaucht. Das sieht dann komisch aus. Und jetzt haben wir es eben so, dass das Bild quasi den Bereich definiert hier unten, ja, diese Image Wrapper, der ist immer so groß, wie auch das Bild hoch ist. Wenn ich jetzt hier kleiner werde, siehst du, dann ist auch komischerweise das Bild hier nicht, da ist die Sonne nicht in der Mitte noch immer von dem Bild. Das heißt, wir haben die momentan nicht hier reingemacht. Das ist der Grund. So, jetzt ist sie genau immer auch in der Mitte von dem Bild und orientiert sich einfach an dem Bild. Und ich habe das jetzt auch so gemacht in dem Layout-Programm, dass ich versucht habe, den Teil oder das Auto quasi mit der Sonnenstelle genau in die Mitte von dem Bild zu machen und dann einfach nach rüber. So, das heißt, wir können jetzt die Sunset, die einfach mit einem negativen minus 30 Prozent ungefähr dahin bekommen, wissen aber durch das Flexbox, dass es immer auf der Mitte ist, auf der Höhe, ja. Und jetzt können wir das Ganze auch mal ein bisschen kleiner machen, damit wir einfach sehen, okay, wo muss er genau hin? Und genau wäre dann zum Beispiel hier bei 33, so. Und nachher stellen wir die Opacity auch noch runter, aber dann haben wir da die Möglichkeit, das genau an die Position zu stellen und das bleibt dann auch da, ja. Egal wie klein, egal wie groß. Und wichtig ist, dass ich hier jetzt nicht 2 eingebe oder 0, weil wir nachher die Sonne mit einem Scale in der Animation eben eine 5 zum Beispiel eingeben. Und dann wird das 5 mal die Größe genommen, was hier als Einheit eingegeben ist. Und wenn ich hier eine 2 nur eingebe, dann 5 mal 2 ist weniger groß, als wenn ich jetzt hier 10 eingebe. Das heißt, wenn du die Sonne noch viel größer haben willst, könntest du auch hier gleichzeitig die Zahlen noch ein bisschen variieren oder vergrößern. Da haben wir noch den Sunset Title, den habe ich momentan auf Display herangestellt. Zeigen wir den mal an. Ich habe jetzt in der Scroll-Animation einfach mal nur 2 Titel mit hinzugefügt. Wäre auf jeden Fall möglich, da auch 3, 4 durchzuscrollen. Aber ich habe jetzt da auch nicht mehr gefunden, aber es wäre immer das gleiche Prinzip. Und hier funktioniert es auch so, dass der Sunset Title erst mal jetzt nicht sich an dem Image orientiert. Der orientiert sich wieder an dem Sticky-Element, was ja immer 100 VH ist. Und der ist mit Flexbox einfach, dass alle Elemente hier in der Mitte immer platziert werden. Wenn ich jetzt hier noch mehr von diesen Titeln hinzufüge, siehst du, wird natürlich der Platz irgendwann eng. Aber würde nicht stören, weil du sowieso diesen Sunset Title jetzt auf Position Absolut stellen musst. Weil wir halt nachher wollen, dass der wirklich genau an der gleichen Stelle ist. Der fadet sich ja einmal aus, der erste, und dann kommt der zweite rein. Und das soll immer genau im Zentrum sein vom Bildschirm. Deswegen stellen wir den auf Absolut. Und sonst haben die aber genau die gleichen Eigenschaften, um das Ganze eben mittig zu machen. Trotzdem, um die nachher eindeutig zuordnen zu können, brauchen die noch eine Combo-Class. Das heißt, wir wollen erst den Sunset Title 1 einblenden und dann den zweiten. Und dazu müssen wir hier eben nochmal eine Combo-Class immer mit dazugeben. Die macht nichts anderes, außer eben das nachher in der Animation einzeln verwenden zu können. Wenn du die jetzt nochmal bearbeiten können willst, siehst du, ist es hier jetzt ziemlich schwierig, weil immer nur eins davon im Vordergrund ist. Da müsstest du also hingehen und zum Beispiel eben diese Eins hier einmal wegmachen, das Position Absolut hier einmal wegmachen, dann kannst du die bearbeiten. Und dann kannst du es wieder eingeben. Dann starten wir mit der Scroll-Animation und hier ist es so, dass wir den Sunset Inner, wo die 500 VH eingestellt sind, als Trigger nehmen, While Scrolling in View, Play Scroll Animation und dann machen wir hier End Sunset Scroll Animation und fangen jetzt damit an, den ganzen Image-Wrapper, wo auch die Sonne und das Bild drin ist, erst mal zu vergrößern, zu skalieren. Und das machen wir jetzt ruhig mal so auf 3. Das sieht jetzt wahnsinnig riesig aus, aber das wird dann am Ende quasi wieder zurückgestellt auf die 1. Und wenn wir das jetzt mal machen, dann siehst du, dass das passiert, also dass er immer noch weiter scrollt, auch wenn das ganze Ding eigentlich schon weg ist. Und dadurch bekomme ich eben das Bild immer noch sehr groß eben dargestellt. Und ich finde es ganz gut, diesen Sweet Spot, der ist hier bei einer 100 VH Section ungefähr so bei 83. Dann ist quasi die Section oben nicht mehr sticky und dann hört es auf, weiter vor einem zu sein. Ja, dann kommt der nächste Bereich schon. Und deswegen setze ich jetzt das Ende von diesen ganzen Animationen so auf diese 83. Und gleichzeitig bekommen wir noch einen Move. Wir wollen jetzt also das ganze Ding mal rüberschieben. 90, dann nehmen wir VW und dann noch minus 80 VH. Da meckert er momentan mit dem Ausrufezeichen. Okay, aber es muss irgendwo ja auch wieder zurückgesetzt werden. Mir fehlt der nächste Wert. Und hier gehen wir jetzt mal auf die Null natürlich wieder. Es soll ja auf die Ursprungsposition am Ende gehen, wenn er hier bei dem Scale auch ist. Dann wollen wir natürlich auch das Bild erst mal gar nicht sehen am Anfang. Das ist jetzt hier natürlich sehr riesig, aber das können wir mit Opacity ganz einfach erst mal ausdeaktivieren. Und dann sehen wir jetzt auch im Hintergrund den Gradient und dann duplizieren wir das und das wird dann so bei 65, wird das anfangen von dort, also bis zu der 83 oder ein bisschen davor vielleicht, dass wir ein bisschen davor fertig sind, geht es dann auf die 100. Das heißt, ich muss diesen Zwischenschritt jetzt hier einlegen, damit er hier nicht schon von Opacity langsam hochfährt. Das heißt, hier, zack, geht er dann mit und wird dann mit dem Auto genau an der Stelle dann sein. Dann haben wir natürlich auch die Sonne, die ich jetzt hier auch direkt mal nochmal anfassen würde. Und daher auch, die ist jetzt momentan 10 VH breit und hoch. Und wenn ich jetzt hier auch auf Scale gehe, kann ich die eben auch einmal vergrößern. Und wenn ich jetzt mal eine 5 eingebe, das ist jetzt sehr groß, aber man kann natürlich wirklich am Anfang, dass das eher so ein bisschen gelb überall ist. Und dann wird sie halt einfach von dort auf die 83 geht sie dann auf jeden Fall wieder zurück. Und man merkt, dass die aber ziemlich schnell, wenn ich jetzt hier scrolle, wieder kleiner wird. Und das sieht ein bisschen eigenartig aus. Das heißt, wir müssen Duplicate, die einmal nochmal hier bei der 65, auch auf der nochmal ein bisschen, muss jetzt überlegen, die skaliert ja einmal kleiner, weil der ganze Image Wrapper, wo die ja auch drin ist, auch kleiner wird. Und dem müssen wir so ein bisschen entgegenwirken. Und deswegen bleibt die jetzt hier die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen groß und kommt dann erst, zack, hier jetzt mit dazu. Und wir sehen sie jetzt gar nicht davor, weil wir wahrscheinlich noch einen Fehler haben, dass wir hier die nochmal wechseln müssen. Gucken wir mal, hat die Z-Index, die hat jetzt keinen, hat der? Ne, jetzt gucken wir nochmal rein. So, jetzt ist sie davor. Okay, also von der Anordnung, Hierarchie her, im Web geht es ja von oben nach unten. Das heißt, die kommt auf dem Bild. Deswegen haben wir die einmal umgeswitcht. Dann wollen wir, dass die Sonne natürlich auch am Ende sich ausfadet. Das heißt, wir machen hier mal so ein Opacity rein. Der ist 100 und soll dann Duplicate. Wahrscheinlich hier, dann ist er auch noch 100, aber dann geht sie relativ zügig auf die 0. Das ist ganz am Ende einfach so ein kleines Shrub. Und dann, zack, wird sie da verschluckt. Dann kommen wir zu den Titeln, die momentan ja dann auch in der Mitte ein bisschen stören. Hier ist es ganz gut, dass wir einmal, also wir wollen die ganze Zeit die so ein bisschen in Bewegung halten. Und dadurch, dass wir wissen, dass der Rapper außenrum die gleiche Klasse hat, können wir den eigentlich mit einem Move, der wird jetzt hier direkt die 1 mitnehmen, weil ich den ersten markiert habe. Wenn Du hier aber reinklickst und sagst, Sunset Title, wird er diesen finden müssen. Hier ist er. Und wenn Du den jetzt eingibst, betrifft er beide von denen, obwohl die eine Combo-Class haben. Und wir wollen jetzt von minus 15 VH von ein bisschen höher, wo er eigentlich stehen sollte, bis wo wir bei der 65 sind, wahrscheinlich da, wo wir so auf die 5, also runtergehen. Und dadurch scrollen die jetzt erstmal die ganze Zeit mit und haben so eine leichte Bewegung, die halt total angenehm ist, ja. Als wenn sie die ganze Zeit einfach in der Mitte sind. Dann merkst Du gar nicht, dass die ganze Seite sich eigentlich bewegt. Und deswegen wollen wir dem so ein bisschen so einen leichten Schwung da mitgeben. Und jetzt geht es darum, die Einzelnen natürlich auch mit Opacity erstmal nochmal auszublenden. Ich wähle mal hier den, äh, mach mal hier den Modus wieder aus. Wir wählen mal hier den zweiten und gucken mal, ob er hier jetzt die Opacity, genau, jetzt hat er auch die eindeutige Combo-Class. Und ich hier, den fahre ich runter und genauso duplicate, ähm, change target, beziehungsweise machen wir das bei dem, change target. Nehmen wir den ersten. Das soll auch nicht sichtbar sein, beide. Und jetzt machen wir das aber so, dass die so bei 5, also dass die am Anfang, wenn man so reinkommt, auch noch nicht sichtbar sind hier. Sondern gerade so, wenn die jetzt hier so reinkommen, ja, soll der erste sichtbar werden. Das heißt, wir könnten den ersten hier dann hochfahren, beziehungsweise duplicate 3, vielleicht später, vielleicht so auf der 8, können wir den auf die 100 fahren. Das heißt, der geht dann, zack, kommt hier dann so schön rein, könnte vielleicht sogar noch ein bisschen später eher sein. Machen wir den mal auf die 12. Das sind auch einfach alles immer so Gefühlssachen. So, dann soll der duplicate, und das ist auch eine Gefühlssache, wie lange der jetzt sichtbar ist. Das ist einfach was, das muss man dann ausprobieren und gucken, was ist angenehm, wie viel Text hat man auch drinne, ja, dass man es auch lesen kann. Und man scrollt ja auch immer so mit einem Schwung, dass er so bei 30 Prozent von der ganzen Animation immer noch da ist und dann aber innerhalb von 3 Prozent verschwindet. verschwindet, dann geht er auf die 0. Und das können wir uns jetzt auch mal angucken. Das heißt, wir scrollen hier rein, er geht sticky, er fängt ein bisschen an sich zu bewegen, geht dann raus und dann tauscht er sich aus. Und das war für mich jetzt von den Werten her so eine angenehme Position. Und jetzt machen wir im Prinzip genau das Gleiche auch mit dem zweiten Titel. Das heißt, wir gehen hier hin, duplizieren das, Change Target, gehen mal hier auf den zweiten. Und der soll dann aber sichtbar werden, wahrscheinlich jetzt bei 37 oder so, müssen wir mal hier die eingeben, damit wir auch hier nochmal so eine Bewegung haben, dass die sich dann austauschen. Ah, jetzt siehst du zum Beispiel, hier, der wird jetzt die ganze Zeit ab hier schon, will der schon anfangen, die Supacity hochzufahren. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall das Ding nochmal duplizieren und auf die 33 stellen, dass wir da dann einfach, zack, den Austausch haben, wusch, dass das sich dann austauscht. Ja, und das könnte jetzt von meiner Seite aus, vielleicht machen wir es sogar, dass wir das ein bisschen nach oben ziehen auf die 40, dass es nicht ganz so schnell geht. Ja, wie gesagt, alles so eine Gefühlssache und dann haben wir den fast so in der Mitte. Und der soll dann, dupliziere ich jetzt mal, bei kurz, ich denke mal bei der 65, sobald das ganze Auto sich runterskaliert, soll er eben weg sein. Das heißt, da müssen wir jetzt die 100% noch kurz vorher machen, auf die 60 vielleicht. Und dann duplizieren wir das noch einmal und reduzieren das dann runter. Und jetzt siehst du, zack, und jetzt müsst ihr runterfahren, zack, und dann, ja, und dann kommt auch die Sonne und geht mit nach hinten. Und du siehst, das ist hier jetzt ziemlich viel in der Animationsliste drin, was da animiert wird. Und sicherlich muss man da wirklich ein bisschen nachdenken, wie man das alles positioniert und von wo nach wo. Und das braucht ein Konzept. Aber sobald du das der schöne Reihe nach machst, ja, muss man einfach ein paar Mal üben. Dann, glaube ich, kann man damit echt super tolle individuelle Sachen für Kunden umsetzen. Und das ist im Prinzip alles, was du jetzt hier brauchst. Das ist schon von Haus auch aus ziemlich responsive. Ich habe jetzt auf dem Mobile Screen ganz am Ende nochmal einen Schriftzug eingeblendet. Dann passt es jetzt einfach zu dem Projekt. Ja, damit jetzt, wenn das Bild einfach eher weiter unten in dem Bereich jetzt ist, gerade auf höheren Screens, dass dann oben trotzdem noch was steht. Und so haben wir jetzt hier was schön Individuelles umgesetzt. Ich hoffe, das hat dir ein paar Insights gegeben und geholfen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und sonst kannst du mir gerne auch Tutorial, Empfehlungen oder Tipps geben, was du gerne mal sehen möchtest. Und dann setze ich das um. Bis zum nächsten Mal.